Intro Hallo? Ist da jemand? Hallo? Wo? Tja, ne da ist niemand, aber wir sind hier und Damen und Herren willkommen zurück zu Let's Play Die Ankündigung wäre doch mal bekloppter hier Hab ich zufällig gerade... Nein hab ich nicht, ja... Was haben wir denn beim letzten Mal gemacht? Erstmal würde ich gerne die Hühnerfarm anschmeißen, denn wir brauchen mal wieder ein paar Level Wie wir sehen sind wir gerade sehr levellos Hier ging es hier hoch und ist das Ding voll? Ja Na dann Sollen hier schon Hühner produziert werden und wir gehen mal los Und rohes Hühnchen ist natürlich jetzt nicht so das Ding Ähm... Hallo? Keine Ahnung was die will, aber die wird anscheinend hier raus So, du gehst mal runter Das gehört sich nicht für eine Kuh So Es ist so übelst dukel, den Häuser mit dem Shader Mode Suboptimal möchte man meinen Ähm... Haben wir denn... Ich pack das jetzt mal so rein Ach wir haben Brot dabei, das ist ja natürlich cool Dann kann ich nämlich das hier reinpacken Könnte ich wenn da Platz wäre Ähm... Das dann nehm ich mal mit noch Was ist das da? Seelensand und Sand nehm ich so weiter mit Die Eier tue ich jetzt mal ganz kurz oben reinhauen Oh komm ich spring mal hier rüber so Die Eier tue ich jetzt mal ganz kurz oben reinhauen So, der mal das war schon wieder nachts Oh mein Gott Ahem... ich komme hier rein echt hitze? noch einer? wo? ich komme hier rein und denke mir so okay du tust jetzt mal wieder aufnehmen brauchst du in ein paar Tagen eh folgen und musst dich gerade mal ein bisschen abreagieren weil du da einen schlechten lauf hast beim zocken und so kommst hier rein das erste was dir passiert zwei creeper yo also ich meine das ja ich glaube so langsam hasst mich die spielewelt so schauen wir mal was die vier schaden eingerichtet haben bestimmt irgendwas sehr wichtiges in die luft gesprengt man kennt es ja nicht anders so schauen wir mal also hier steht schon mal gar nichts mehr aber ist denn das zu dunkel mit dem shadermot? das ist doch schlimm ey grafikeinstellungen ich bin sogar schon auf hell ja gut dann erde und kies lalalalala lalalalala wir bringen heute die folge übrigens damit äh löcher von creeper zu stopfen ich dachte mir das mache ich jetzt einfach mal so vier stunden lang wir machen einfach hier creeper löcher zu stopfen warum auch nicht ich meine dafür ist minecraft da nur aus diesem grund existiert minecraft um creeper löcher zu stopfen hey hey sooo das haus steht noch keine ahnung ob das von hier kam aber ich mache jetzt wieder zu und stelle da einen zaun hin so ähm da auch noch die apparatur ist ganz noch ok ja das scheint schon gewesen zu sein dann gehen wir halt jetzt so runter so erst für mich gespielt mit creepern verbracht hey und jetzt kann ich mal auch diesen ganzen schokoladenmist hier rausschmeißen ähm das sind ja glaube ich sogar die teuren steinlänge hmhm genau dann haue ich mich jetzt hier mal ein bisschen davon rein und dann können wir mich jetzt hier ganz einfach wieder kies hin platzieren hmhm sooo super hmhm 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 hab auch gerade kein weizen dabei leider 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 deswegen kann ich auch gerade die kühe nicht versorgen so was haben wir beim letzten mal gemacht und was wollten wir noch machen wir haben hier oben angefangen wir sind dann hier runter wir wollten hier zum beispiel noch kies verlegen sooo sooo dann wollen wir jetzt hier ab das kommt auch mal ab sooo sooo noch dass die ein bisschen komisch euch hier sooo 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 machen wir es so dass es sich wieder halbwegs normal ist kann hier irgendwas spawnen und mach schon was hin ich hoffs mal nicht so ja irgendwer hat irgendwie wurde mir noch gesagt ich soll was mit dem haus hier verändern äh ich habe aber da die kommentare gerade nicht wieder gefunden das ist bei youtube echt beschissen gemacht mit den kommentaren könnte ich mich so drüber aufregen bei youtube ähm ja dann machen wir hier mal hinten wir kommen hier gerade so ein paar blumen dabei das trifft sich ja ganz gut jetzt sehe ich einfach mal so ein paar blümchen hin warum nicht so den rest kann man ja mit busch ausgleiten so ja so komm da muss ja keiner hinter so so hast du hier so eine schöne ecke doch cool so äh glas hat mir hier noch gefehlt habe ich denn hier ähm kohle irgendwo drinnen kohle 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 So, das war richtig. Wieder falsch. Oh, ich kann gar nicht die Steine nicht auseinanderhalten. Hier muss einer rein. Hier muss einer rein. Und da muss einer rein. Genau, da können die Gloucetons rein. Später noch. Genau, hab ich gar nicht dabei. Gut, dann haben wir hier jetzt noch... Ach, guck mal, hier ist noch Kohle. Dann brenne ich mir das gleich mal. Wir haben noch sieben Hühnereier. Die haue ich dann mal hier. Ach, siehst du, ein Hund ist entstanden. Oh, putzig. So. Der Baum da drüben ist gewachsen. Hier ist alles okay. Hier haue ich jetzt mal freudestrahlend im Busch davor. Mensch. Das ist weg. Das nicht. Das ist weg. So. Wo ist denn hier hoch? Ah, hier sind wir. So, keine böse Überraschung von hinten. Alles da. Jetzt sollte der Center fertig gebrannt sein. Oh, siehst du, jetzt muss ich auch noch lang gehen. Okay, bisschen Kies. So. Und... Zwölf. Super, genau, das reicht. Auf jeden Fall. Dann nehmen wir uns nämlich jetzt hier 32 Glasscheiben. Da, genau. Und platzieren sie schnell hier. Super. So. So. Schau, dann geht's jetzt hier runter. Wir müssen ja auch noch die Schafsfarme fertig machen. Die haben wir ja auch noch. Wir müssen auch noch ganz viel Weizen. Wir brauchen auf jeden Fall mega viel Weizen. Für die Schafe brauchen wir Weizen an der Ende. Wir brauchen noch Weizen für Brote. Da hinten haben wir noch die Gratens, die Blöcke. Die wir ab und zu mal so machen wollen. Ja, würde ich sagen. Starten sich jetzt einfach mal hier das Haus hin zu basteln, was wir noch basteln wollen. So, das soll der Eingang werden. Jetzt zimm ich mal einen Grundriss hier rein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5. Okay. Ich mach das wieder ein bisschen abstrakter das Haus. Das soll auf jeden Fall nicht klein werden. Bis wie weit geht das vor, das geht richtig bis... Bis hier rangeht das richtig und fehlen. Soll das so sein? Okay. Ich hab nämlich keinen Bock auf Creeper und dergleichen. Das ist ein herrlich warmer Sommertag. Das ist ein herrlich warmer Sommertag. Jetzt gar nicht, ob ich das jetzt schon erwähnt hatte in Minecraft, aber ich habe ja mittlerweile meine Prüfung bestanden. Ich bin jetzt ausgebildetes Koch. Ausgebildetes Koch. Im Deutsch nicht korrekt und so. Und ja, da habe ich jetzt momentan ein bisschen mehr Zeit und deswegen war auch gerade, ich habe so viel aufgenommen gehabt schon am Anfang, das habt ihr alles noch gar nicht gesehen gehabt, dass ich jetzt ewig keine Aufnahmen gemacht gezählt habe. Dazu habe ich mir das Nachfolge-Let's Play von The Night of the Rabbit schon aufgenommen gehabt, die ersten 14 Folgen. Bis mir bewusst wurde, du hast The Night of the Rabbit noch gar nicht zu Ende aufgenommen. Ich dachte, mich hätte das schon getan, weil ich das Ende aus Andor-Let's Play schon kannte. Hatte es aber gar nicht getan und ja, eh, danach hatte ich das zu viele Folgen und ich habe da ewig nicht mehr aufgenommen. Dann hatte ich mit dem Volk auch noch ewig viele Folgen von Dragon's Profit, deswegen habe ich da auch nicht mehr aufgenommen. Botch-Docs nehme ich ja immer nur so auf, wenn es gerade nötig ist, weil, naja, Botch-Docs ist nicht mein Lieblings-Set-Play, ich gebe es ehrlich zu, es ist, äh, es war ein Fehlkauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei Botch-Docs, das erste Mal, muss ich echt sagen, es war ein Fehlkauf. So. Oh. So.